Um die Stringenz von Dialogen zu überprüfen, ist die Dialoghervorhebung ein praktisches Werkzeug. Man findet sie im Tab Prüfen unter Hervorheben. Es wird damit der normale Fließtext abgedimmt und der Dialog selbst hervorgehoben. Als Ergänzung dazu gibt es noch die Option, den Nicht-Dialog zu betonen, wodurch der normale Fließtext rot ausgezeichnet wird und der Dialog schwarz. Schwarzschilder Schwarzschilder Schwarzschilder